Russland beschuldigt Kiew nach Attentatexperte äußert sich, in Russland wird behauptet, dass Kiew seine Finger im Spiel hatte, um Trump zu eliminieren. Diese Verschwörungstheorien spielen perfekt in die Hände der Kreml-Propaganda, die immer wieder versucht, das Bild des bösen Westens zu zeichnen. Viele Russen glauben an diese absurden Geschichten, da sie seit Jahren einer starken Propaganda ausgesetzt sind, die Misstrauen gegenüber dem Westen schürt. Der Kreml wünscht sich einen US-Präsidenten, der Russland gegenüber freundlich eingestellt ist und bereit ist, Zugeständnisse zu machen. Trump war für Putin sicherlich ein solcher Präsident, da er immer wieder lobende Worte für den russischen Präsidenten fand. Es ist daher wenig überraschend, dass Putin zu den Schüssen auf Trump schweigt, er möchte die Situation wahrscheinlich nicht weiter anheizen. Es ist wichtig, diese Verschwörungstheorien zu entlarven und die Menschen über die wahren Hintergründe aufzuklären. Es ist besorgniserregend, wie leichtgläubig viele Menschen solche Geschichten glauben und wie stark die Propaganda in Russland wirkt. Wir müssen wachsam sein und Fakten von Fiktion trennen, um eine offene und demokratische Gesellschaft zu erhalten. Wir müssen auf den Schüssen 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 auf den Schü Untertitelung des ZDF, 2020